Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Heute geht es um den Roman von Albert Camus, Der Fremde, L'étranger. Ich lese Ihnen die Anfangszeilen vor, auf Französisch und übersetze sie gleich. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un Telegramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. Heute, maman est tot, oder vielleicht gestern, ich weiß nicht. Ich habe ein Telegramme aus dem Altenheim bekommen, Mutter verschieden, Beerdigung morgen, hochachtungsvoll. Das will nichts heißen. Vielleicht war es auch gestern. Albert Camus hat diesen Roman, L'étranger, 1942, veröffentlicht. Es ist einer der meistgedruckten Romane des 20. Jahrhunderts geworden und handelt von einem Algerier-Franzosen namens Mörsot, der einen Araber tötet und vom Prozess gegen ihn und seiner Verurteilung zum Tode. Camus hat immer wieder den Vorwurf bekommen, eine leokoloniale Haltung eingenommen zu haben. Auch zeige das sich daran, dass der Araber in dem Roman, den Mörsot tötet, keinen eigenen Namen haben. Und das hat zum Beispiel bewirkt, dass 2014 zwei Romane herausgekommen sind von zwei Algeriern. In beiden Romanen wird der Mord geschildert aus der Sicht der Berber, aus der Sicht der Araber und der getötete Berber bekommt einen Namen. Und das macht uns doch aufmerksam auf etwas, was mich in der letzten Zeit umtreibt. Ich habe Ihnen ja erzählt, dass ich die nächsten sechsmal inklusive heute Romane von sogenannten POCs behandeln will, also von People of Colors, die das Thema unterschiedliche Hautfarben, Identitäten, und Rassentrennung, Rassendiskriminierung zum Thema haben. Und ich beginne mit dem Roman eines Weißen mit Camus, der eben bis auf eine einzige Erzählung meines Wissens nach das Problem unterschiedliche Hautfarbe, unterschiedliche Ethnie in Algerien eigentlich nie angesprochen hat. In seinen journalistischen Arbeiten schon, aber nicht in seinen fiktionalen Texten. Die Handlung vom Fremden wird gleich im ersten Satz angesprochen. Es geht um Tod, es geht um Gefühle, Maman, Emote. Und dann auch eine dieser zutage tretenen Gleichgültigkeit, vielleicht was auch gestern. Das klingt ja nach einem so großen Teilnahmslosigkeit gegenüber dem Tod seiner Mutter, dass man erschreckt. Diese zwei Sätze sind, die ersten zwei Sätze des Romans, stellen einen Schock für den Leser dar. Noch so. Der Name weckt viele Assoziationen. La Mer, Le Soleil, am Meer, unter einer brennenden Sonne wird dieser Mord passieren. La Mer, Le Sauveur, der Tod auch als Rettung. Le Saut, dans la Mer, der Sturz in den Tod, das abrupte, plötzliche, unerwartete. Dann, Je Mer, Seul, auch ein bisschen abgewandelt vom Klang her. Mer, So, Mer, Seul, ich sterbe allein. Und es gibt noch eine andere Erklärung für den Namen. Mer, So, stirb, du Trottel. Wir sind beim Thema. Camus hat in allen seinen Texten philosophische Fragen gestellt. Er hat nach dem Sinn des Lebens gefragt und diesen Sinn verneint. Er hat die Absurdität des Lebens betont. Er hat betont, dass es keinen Gott gibt in dieser modernen Welt. Keine Religion, kein Jenseits, keine Wahrheit und keinen Sinn. Es zählt allein, dass jetzt der singuläre Moment und der Einzelne in seiner Besonderheit, die ihn in seiner Besonderheit mit der Masse verbindet, in der jeder Einzelne etwas Besonderes ist. Das ist das Wesen des Menschen, seine Singularität in einer fremden und feindlichen Welt von lauter Singularitäten. Es geht um l'absence de toute raison profonde de vivre. Um die Abwesenheit für jede tiefe Erklärung des Lebens. Die Handlung. Mer, So erfährt vom Tod seiner Mutter. Sie hat, wie man später erfährt, sehr lange bei ihm gelebt, bis es eben nicht mehr ging. Er hat sie nach Marengo gebracht, in die Nähe von Algier und in ein Altenheim. Und er fährt nun zur Beerdigung seiner Mutter und lernt auch bei der Nachtwache die Insassen des Altenheims kennen und den zuletzt geliebten Mann seiner Mutter, die auf ihre letzten Tage hin noch einen Geliebten im Heim gefunden hat. Sie war sehr unglücklich, als sie eingeliefert wurde und findet dann doch noch ein sehr spätes Glück. Merceau zeigt keine Regung bei der Beerdigung. Das fällt auch den anderen auf. Und er ist auch seinem Leser gegenüber, dem er das alles schildert, sehr teilnahmslos. Eine abweisende Natur, Kenzen, eignet ihn. Er ist fremd, auch als Franzose ist er natürlich fremd unter der unbarmherzigen Sonne Algeriens. Seine Gleichgültigkeit scheint sich auch darin bemerkbar zu machen, dass er einen Tag nach dem Tod seiner Mutter mit einer Geliebten ins Kino geht und sich einen Fernandell-Film anguckt. Fernandell, berühmt geworden durch die Filme Dann Camillo und Pepone, ein katholischer Priester, trifft auf einen Kommunisten, Also auch hier geht es komödiantisch um die Frage, gibt es einen Gott oder gibt es keinen Gott? Merceau verbringt die Nacht mit Marie und am nächsten Tag trifft er Raymond, einen Nachbar, der ihn darum bittet. Merceau soll für ihn einen Brief schreiben an seine Ex-Geliebte. Seine Ex-Geliebte, eine Moresque, eine Maurerin, eine Berberin hat diesen Raymond betrogen, er hat sich mit dem Bruder geschlagen, will sich ihr erklären und bittet Merceau, einen Brief für ihn zu schreiben. Das ist das einzige Mal, dass in diesem Text die Ethnie des Ermordeten dann auch sozusagen mit Namen genannt wird, die Maurer. Die POCs eben in Algerien. Raymond lädt Merceau und Marie ein, am Strand einen Tag zu verbringen. Sie treffen auf zwei Araber, einer davon ist der Bruder der Ex-Geliebten von Raymond. Es kommt zum Streit. Merceau nimmt Raymond einen Revolver ab, weil er befürchtet, daraus könnte Schlimmeres entstehen. Er geht noch einmal an den Strand zurück und trifft verhängnisvollerweise auf den Bruder der Ex-Geliebten Raymond. Der zieht ein Messer. Merceau zieht den Revolver und erschießt ihn. Das Unglück ist da, es kommt zum Prozess und nun treten Zeugen vor Gericht auf und beschreiben Merceau als teilnahmslosen, gefühllosen Menschen und das Publikum reagiert entsprechend und Merceau begreift zunehmend, dass er schuldig geworden ist. Und er wird zum Tode verurteilt, eigentlich nicht deswegen, dass er einen Berber umgebracht hat, sondern eher deswegen, weil er so teilnahmslos ist, so gefühllos. Alle positiven Momente, die sein Anwalt für ihn vorbringt, nämlich seine Liebe zur Mutter, zählen vor Gericht nichts. Der Staatsanwalt stellt Merceau als seelenloses Monster hin, ohne Moral, als nichtmenschliches Wesen. Merceau wird zum Tode verurteilt. Vor der Hinrichtung kommt ein Beichtvater, mit dem Merceau aneinandergerät. Er erklärt dem Priester, dass nichts eine Bedeutung habe. Er wisse das und der Priester wisse es auch. Er betrüge sich nur selbst. Er verweigert jegliche Tröstung, die er über den Tod hinausführen könnte und nimmt den Tod als Konsequenz seines Handelns auf sich. In der Nacht vor seiner Hinrichtung sieht er die Sterne und spürt die Gleichgültigkeit der Welt und öffnet sich ihr. Je m'ouvre pour la tendre Indifference du monde. Ich öffnete mich gegenüber der zärtlichen Gleichgültigkeit der Welt, in der sich der Mensch wie ein Fremder fühlt. Und er geht in den Tod im Bewusstsein, sein Leben gelebt zu haben, Ja sagen zu können zu sich, zu seinen Handlungen. Und das erfüllt ihn in gewisser Hinsicht mit Glück. Und er weiß sich, aufgehoben in den Schreien, den Hassschreien der Menge, aufgehoben als Einzelner in der Masse der Einzelnen, die ihm doch ein Gefühl entgegenbringen und wenn es auch nur das Gefühl des Hasses ist. Ich lese Ihnen den Schluss vor, der genial geschrieben ist. Als der Priester gegangen war, fand ich meine Ruhe wieder. Ich war erschöpft und warf mich auf meine Pritsche. Ich glaube, ich habe geschlafen. Denn als ich wach wurde, schienen mir die Sterne ins Gesicht. Die Geräusche der Landschaft stiegen zu mir auf, Düfte aus Nacht, Erde und Salz kühlten meine Schläfen. Wie eine Flut drang der wunderbare Friede dieses schlafenden Sommers in mich ein. In diesem Augenblick und an der Grenze der Nacht heulten Sirenen. Sie kündeten den Aufbruch in eine Welt an, die mir nun für immer gleichgültig war. Zum ersten Mal seit langer Zeit dachte ich an Maman. Jetzt begriff ich auch, warum sie am Ende eines Lebens einen Bräutigam genommen, warum sie wieder Anfang gespielt hatten. Auch dort drüben, dort im Altersheim, in dem die Leben erloschen, war der Abend wie ein melancholischer Waffenstillstand. Dem Tod so nahe hatte Maman sich gewiss wie befreit gefühlt und bereit, alles noch einmal zu erleben. Niemand, niemand hatte das Recht, sie zu beweinen. Und auch ich fühlte mich bereit, alles noch einmal zu erleben. Als hätte dieser große Zorn mich von allem Übel gereinigt und mir alle Hoffnung genommen, wurde ich angesichts dieser Nacht voller Zeichen und Sterne zum ersten Mal empfänglich für die zärtliche Gleichgültigkeit der Welt. Als ich empfand, wie ähnlich sie mir war, wie brüderlich, da fühlte ich, dass ich glücklich gewesen war und immer noch glücklich bin. Damit sich alles erfüllt, damit ich mich weniger allein fühle, brauche ich nur noch eines zu wünschen. Am Tage meiner Hinrichtung viele Zuschauer, die mich mit Schreien des Hasses empfangen. Fremdsein als Franzose in Algerien unter Arabern, Fremdsein in der Welt, das ist das Schicksal des modernen Menschen. In einer Welt ohne Gott, in einem Leben ohne Sinn, ohne tieferen Sinn. Sein Leben bewusst leben, die Konsequenzen seines Handelns auf sich zu nehmen, das gilt es zu tun für den modernen Menschen. Das jetzt in aller Konsequenz, immer wieder auch von Neuem anfangen, immer im Jetzt leben und die Vergangenheit und sein Alter vergessen und ein Glück darin finden. Und die Hassschreie der Zuschauer, die noch so empfangen werden, verbinden ihn mit der Masse Mensch, die alle dieses Gleiche fühlen, das Einzelsein, das Fremdsein in der Welt. Das ist das Thema von Camus, das Leben im Augenblick in einem absurden Leben, selbstbestimmt. Und das ist die einfache und doch sehr komplizierte Botschaft seiner Texte. Der Roman ist auch für französische Anfänger relativ bald und schnell lesbar. Es sind ganz einfache Sätze, Subjekt, Prädikat, Objekt, kaum Adjektive. Es werden Tatsachen geschildert. Wir haben ganz einfache Zeitformen, passe simple, was sensationell ist für diese hochkomplexe und wunderbar komplex strukturierte französische Sprache. In allen seinen Texten kommt diese Philosophie des Absurden zu Wort. Auch eben in dem Le Mide de Sissif, auch 1942 herausgegeben, in dem dieser Sisyphus, der immer einen Stein nach oben rollt, der kaum ist er oben am Berg angekommen, wieder zurückrollt, sein Glück findet, weil er dieses Schicksal, diese Sinnlosigkeit akzeptiert und bewusst annimmt. Wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Dieses Trotzdem-Leben, der Mensch in der Revolte, so ein Buch 1951, die Absurdität als allgemein menschliche Erfahrung akzeptieren, das ist das Thema Camus. Ich kenne eigentlich nur eine einzige Erzählung von ihm, die erschienen ist in Lexil-el-Royom 1957, Der Gast. Und eine einzige Geschichte, in dem das Thema Franzose, Berber, ein bisschen mehr zur Sprache kommt, ein bisschen mehr zur Thematik werden scheint. Ein Lehrer bekommt von einem Polizisten einen gefangenen Araber überliefert, den er am nächsten Tag ins Gefängnis überliefern soll. Der Lehrer entscheidet sich, den Araber freizulassen, aber seltsamerweise beschließt der Araber, ins Gefängnis zu gehen. Als der Lehrer nach Hause zurückkehrt, in seine Hütte, findet er an die Wand geschrieben, die Worte, Du hast unseren Bruder ausgeliefert, das wirst du bösen. Das ist ja wie eine Drohung, eine Drohung auch die unter Problemen des Rassismus, der Rassendiskriminierung, des Freiheitskampfes in Algerien. Das scheint mir der einzige Text zu sein, in dem das ein wenig zumindest zur Sprache kommt. Denn das ist das Dilemma von Camus. Ein Dilemma, das diesen Franzosen so umgetrieben hat. Algerien war sein Sehnsuchtsland, sein Heimatland. Er konnte nicht lassen von dieser Ex-Kolonie, in der er sich so wohl fühlte. Und er konnte sich Algerien nur als ein Land vorstellen, in dem Algerier Franzosen und Araber zusammenlebten. Ohne Algerier Franzosen konnte er sich dieses Land nicht vorstellen. Und das ist so verblüffend für ihn. Camus hat sich so eingesetzt, auch für die Berber. Aber er hat sie immer mit dem Namen Araber bezeichnet, obwohl das der falsche Name ist. Die Berber sind keine Araber. Sie sind näher verwandt mit den Arabern. Sie haben von den Arabern die arabische Sprache auch übernommen und die Religion, den Islam. Aber sie sind keine Araber. Und das heißt, es ist doch seltsam, dass Camus, der dieses Land und die Menschen in diesem Land so geliebt hat, einen so über ihre eigene Einschätzung, über ihre eigene kulturelle Identität darin weggeht. Das ist verblüffend und das hat man ihm wohl auch vorgeworfen. Es war seine Schwierigkeit. Also er hat sich, wie gesagt, sehr eingesetzt für die Berber, auch im Algerienkrieg. Aber es ist schon seltsam, diese Haltung gegenüber diesem Problem. Und so habe ich diese kleine Einheit, POC, Rassendiskriminierung, mit diesem Roman begonnen. Mit dem Roman eines Weißen, in dem es auch um einen Mord geht, wie in fast allen Romanen, die jetzt folgen werden, in dem es um Opfer und Täter geht, aber auch in Opfer und Täter unterschiedlicher Ethnie, aber in dem dieses Problem überhaupt nicht zur Sprache kommt. Das finde ich schon sehr bemerkenswert und sehr seltsam. Ich werde Ihnen dann im folgenden Romane von POCs vorstellen und beginnen mit Toni Morrison und führen bis Marlon James, dessen Roman mich sehr irritiert hat und sehr durcheinander gebracht hat. Und ich werde Ihnen versuchen zu zeigen, wie ich das Problem POC behandelt gefunden habe in Romanen der letzten Jahrzehnte. in Romanen der letzten Jahrzehnte. Vielen Dank.